Hallo zusammen, das ist Dave Dolly von Dave Dolly Pure Training. Die nächste Ausgabe von unserem Bootcamp Vorbereitungsübungen. Etwas, das mit Sicherheit auch kommen wird, wenn ihr Knie beugen könnt, werdet ihr auch Knie beugen und Sprünge machen müssen. Squat Jumps, das heisst wir machen die Kniebeugen und kommen so schnell in die Strecke rauf, dass man gerade den Sprung anhängt. Wichtig ist, dass man die Kniebeugen im Griff hat, dass die Knie am richtigen Ort sind, dass man eine gute Haltung hat, dass man nicht in den Rundrücken hineinkommt. Aber ich zeige euch jetzt gerade, wie das funktioniert. Beim Landen kommen wir runter und schauen, dass die Knie schön da bleiben. Ja, nicht hineinkommen, sondern die Knie hier bleiben. Da sind wir stabil. Tief, tief. Wie bei den Knie beugen. Ausgangslage hier. Es geht runter und wir springen. Es gibt Variationen mit den Händen. Was man besonders gut darauf achtet, ist, in der unteren Position muss der Rücken schön stabil sein. Wir kennen es. Schön haltig. Schön so. Also was wir nicht wollen, ist, dieser hier, sondern gute Haltung. BAM. 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 Versucht auch hier, genügend Tiefe hinzubringen. Und dann schön hochkumpen und beim Landen, sieben fein, wenn die Schmetterlinge landen. Kein gepoltert, wie wenn unten dran jemand schlägt. Schön fein landen. Das sind Squatjumps. Wenn du das im Griff hast mit den Squatjumps, dass du einigermassen stabile Knie hast, wenn du landest, dann ist der nächste Schritt natürlich knübliger Sprünge, aber Ausfallschritt Sprünge. Das heisst, man springt und landet mit den Füssen, so versetzt. BAM. 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 Yeah. Here we go. Die Ausgangslage für ein ganz normaler Squatjump, alles ist parallel, aber wie im richtigen Leben läuft nicht alles immer parallel und gradlinig. Also machen wir den Ausfallschritt Sprünge. Das heisst, wir sind im Ausfallschritt, in der Luft, wechseln, landen. BAM. Versuchen, für einen kurzen Moment, beide Füsse in der Luft zu haben. Einfachere Version ist der Ausfallschritt. Den haben wir schon gehabt. Jetzt springen, landen. Springen, selber entscheiden, wie tief. Schön tief. Oder kleiner. Also, wie tief wir runtergehen und wie hoch wir hochgehen, bestimmen wir dir. Beide Füsse für einen kurzen Moment in der Luft. Landung ist immer wie ein Schmetterling. Das war es für heute. Wir hatten Squatjumps. Variation viel intensiver. Ausfallschritt, Sprünge, Lunge, Jumps. Nicht ganz einfach. Schaut, dass das Knie stabil bleibt. Bleibt ihr dran mit dem Training. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.